In dieser Lektion möchte ich Ihnen zeigen, wie Objekte eigentlich aufgebaut sind. Sie hätten ja schon im letzten Kapitel gesehen, dass hier im Outliner angezeigt wird, dass in dem Cube, also in diesem Mesh-Objekt, scheinbar noch ein weiterer Cube ist. Also wenn ich hier auf dieses kleine Pluszeichen klicke, dann habe ich hier einmal diesen Cube und diesen Cube. So und wenn ich jetzt auf diesen Cube drücke, auf diesen Namen, dann passiert etwas und zwar der Cube sieht auf einmal ganz anders aus und auch hier die Werkzeugleiste sieht ganz anders aus und hat ganz andere Tools. Und wenn Sie mal hier unten gucken, dann sehen Sie, dass Sie jetzt einen anderen Modus betreten haben. Also jetzt sind wir hier im Edit-Modus. Und dieser Edit-Modus, der ist genau dafür da, nämlich um Objekte zu editieren. Und zwar nicht nur Ihre Position, Rotation oder Skalierung, sondern Ihre eigentliche Struktur, wie Sie aufgebaut sind. Ich drücke jetzt mal die Komma-Taste auf dem Ziffernblock, um hier heranzuzoomen. Und Sie sehen, dass wir hier jetzt einen gelben Kubus haben, der aufgebaut ist aus so kleinen Punkten, so kleine Pünktchen hier und Linien. Diese Linien und Punkte, die kann man jetzt bearbeiten. Und solange Sie in diesem Edit-Modus sind, sehen Sie auch hier unten im Header, in der Menüleiste, dass hier drei neue Buttons aufgetaucht sind. Nämlich einmal, wenn Sie mit der Maus hier etwas drüber bleiben, der Button für den Vertex-Select-Mode, der Button für den Edge-Select-Mode und der Button für den Face-Select-Mode. Also wir haben hier Vertices, Edges und Faces. Und das sind die drei Elemente, aus denen sich alles aufbaut. Also gewissermaßen die DNA. Also alles, was im 3D existiert, ist letztendlich aus diesen drei Elementen aufgebaut. Kleine Ausnahme sind die Armatures, die Empties und auch die Kurvenobjekte. Aber das meiste, womit Sie es im 3D zu tun haben, baut sich, wie gesagt, auf aus diesen drei Grundmolekülen, sozusagen. Also aus Vertices, Edges und Faces. Übersetzen kann man das mit Punkt, Linie und Fläche. Wenn Sie in diesem Vertex, also in dem Punkt-Auswahl-Modus sind, dann können Sie hier mit der rechten Maustaste diese Punkte einzeln auswählen. Also ich klicke jetzt hier mal drauf mit der rechten Maustaste und habe jetzt hier diesen einen Punkt ausgewählt. Und auch das Manipulation-Widget ist jetzt an diesem Punkt. Und jetzt kann ich hier mit der Y-Achse mal dran ziehen und sehen jetzt, wie ich diesen Würfel verforme. Und das kann ich mit allen diesen Punkten tun. Ich kann die alle auswählen und verschieben. Und ich kann auch mehrere Punkte auswählen, indem ich die Umschalt-Taste gedrückt halte. Ich kann jetzt hier diese vier Punkte auswählen und kann jetzt hier diese Fläche, die jetzt dadurch ausgewählt worden ist, bewegen, rotieren oder skalieren. Also wenn ich jetzt einfach S drücke, dann skaliert mir das jetzt diese Punkte und dadurch mache ich diese Fläche kleiner. Wenn ich jetzt in den Kanten-Auswahl-Modus gehe, in den Edge-Select-Mode, dann kann ich das immer noch tun, aber ich kann nicht mehr die einzelnen Punkte auswählen. Was ich jetzt auswähle, sind die Kanten von diesem Objekt. Und dann das Letzte dürfte jetzt sicherlich keine Überraschung mehr sein. Hier kann ich jetzt im Flächen, im Face-Select-Mode, die ganzen Flächen auswählen und dann diese bewegen, skalieren oder rotieren. Und diese Flächen werden hier symbolisiert durch dieses kleine schwarze Viereck innerhalb von der Fläche. Und das unterscheidet die Anzeige von diesem Flächen-Auswahl-Modus von dem Edge-Select-Mode. Andernfalls würden die beiden ja gleich aussehen. Also der Flächen-Auswahl-Modus hat dieses kleine Viereck, um anzuzeigen, in welchem Modus sie sich gerade befinden. Die Bearbeitung von diesen Einzelelementen, von Punktlinie und Fläche, erlaubt natürlich viel größeren Gestaltungsfreiraum, als einfach nur das Objekt zu bewegen, zu rotieren oder skalieren. Also indem sie hier die innere Struktur von einem Objekt bearbeiten, können sie natürlich sehr viel mehr machen, als wenn sie einfach nur das Objekt als Ganzes transformieren. Und auch die Eigenschaftenleiste hier, ich drücke nochmal N, hat sich verändert. Also wenn ich hier mal nach ganz oben scrolle, dann gibt es hier nicht mehr die Einstellungen für Rotate, Scale und Transform, sondern nur noch die Median-Transform-Eigenschaft und noch ein paar andere Buttons. Also sie können hier nicht mehr die Rotation einstellen. Und das liegt daran, dass die Eigenschaft Rotation und Skalierung eine Eigenschaft ist, die nur Objekte haben können. Aber diese grundlegenden Bausteine, also diese einzelnen Flächen, die speichern diese Eigenschaft nicht mit. Ich gehe jetzt nochmal in den Vertex-Select-Mode, wähle diesen Punkt aus und mit G bewege ich den hier rüber. Und was hier jetzt angezeigt wird, ist die Position von dem Vertex im Raum. Und zwar gibt es hier den Unterschied zwischen Local und Global. Diesen Unterschied kennen wir schon, aber hier hat er eine etwas andere Verwendung. Ich gehe jetzt nochmal aus dem Edit-Modus raus, indem ich im Outliner einfach nochmal auf Cube klicke. kann jetzt das Objekt als Ganzes verschieben, und zwar hier entlang der X-Achse, und zwar um zwei Blendeeinheiten. Also hier, das Objekt sitzt jetzt bei X minus 2 Punkt, also minus 2. So, jetzt gehe ich wieder in den Edit-Modus. Statt jetzt den Outliner dafür zu verwenden, möchte ich hier den Button hier unten nehmen. Also, Objekt-Mode ändere ich zu Edit-Mode. Und Sie sehen schon, es gibt noch ein paar andere Modes, die wir im Laufe dieser DVD noch kennenlernen werden. Aber vorerst bleiben wir mal im Edit-Modus. Und ich wähle mir jetzt nochmal diesen Punkt hier aus. Und Sie sehen jetzt, Local sitzt er bei X-Wert minus 0,349. Global sitzt er bei minus 2,349. Und der Grund dafür ist, dass Local bezieht sich auf den Ursprung von dem Objekt, also auf diesen kleinen gelben Punkt, und Global bezieht sich auf die globalen Koordinaten, also im Blender-Welt-Koordinatensystem. Wenn das jetzt zu kompliziert war, ich versuche es nochmal zu wiederholen, und zwar mit einem neuen Würfel. Also, ich lösche jetzt dieses Objekt, indem ich den Outliner verwende, rechte Maustaste und Delete. Geht nämlich auch. Und dann hier am Ursprung erstelle ich ein neues Objekt. Also, Umschalt A, Add Mesh Cube. Und da jetzt hier das Zentrum von dem Objekt, also dieser kleine gelbe Punkt, direkt in der Mitte von dem Objekt sitzt, gehe ich in den Edit-Modus und bewege jetzt die Geometrie, also diese ganzen Punkte hier, eine Blende-Einheit nach links. Und zwar tue ich das, indem ich G, X drücke, und dann 1 minus. Habe jetzt alle diese Punkte verschoben entlang der X-Achse, und zwar um eine Blende-Einheit, sodass jetzt diese vier Punkte hier auf einer Linie sitzen mit diesem Punkt. Und dieser Punkt ist, wie ich schon erwähnt hatte, der Ursprung von dem Objekt, der sogenannte Origin. Jetzt gehe ich aus dem Edit-Modus wieder raus, um das ganze Objekt zu verschieben. Gehe also wieder hier hin und sage Object-Mode und kann jetzt den ganzen Würfel verschieben, und zwar wiederum um zwei Blende-Einheiten. Sitze jetzt also wieder bei minus 2,0. Und um mir jetzt anzugucken, wo diese Punkte sitzen, gehe ich nochmal in den Edit-Modus, wähle jetzt diesen Punkt aus und sehe hier, wenn das Ganze auf Global gestellt ist, dann sitzt die Koordinate von diesem Punkt bei X minus 2. Die lokale Koordinate ist bei 0. Und ich hoffe, das wird jetzt hier dadurch klar, dass es einen Bezug gibt zwischen dem Objektursprung und der Objektgeometrie. Also scheinbar wissen diese Punkte, dass das Objekt, das eine Hierarchieebene oberhalb von ihnen ist, also hier das Cube-Objekt, sitzt jetzt bei minus 2. Der Punkt an sich hat aber keinen Offset zu dem Objekt. Das kann ich ändern, indem ich hier den Punkt nehme und entlang der X-Achse verschiebe. Und jetzt sehen Sie, wie hier sich diese Koordinate verändert im lokalen Modus. Und wenn ich das jetzt mal auf minus 1 setze, dann habe ich jetzt diesen Punkt entlang der negativen X-Achse vom Objektzentrum wegbewegt. Und wenn ich mir das global anschaue, dann sitzt die jetzt bei minus 3. Würde ich hier eine positive Koordinate angeben, also diesen Punkt entlang der positiven X-Achse hier in diese Richtung bewegen, also 1. Dann sitzt dieser Punkt jetzt bei X1 natürlich und bei global bei minus 1. Und dieser Wechsel von Object-Mode und Edit-Mode, das ist also eine der häufigsten Sachen, die Sie überhaupt tun werden mit Blender. Denn jedes Objekt hat seinen eigenen Edit-Modus. Und da man die Objekte häufig ja auch bearbeitet, wechseln Sie ständig zwischen Object-Mode und Edit-Modus hin und her. Und der Shortcut dafür ist die Tabulator-Taste. Also die Taste, mit der Sie auch von einem Feld ins nächste wechseln. Oder eben hier über das Menü Object-Mode Edit-Mode oder Sie können auch den Edit-Modus erreichen, indem Sie hier auf Cube klicken. Ansonsten eben die Tabulator-Taste. Ich öffne jetzt eine neue Datei mit STRG N, mache nochmal den Outliner etwas größer, damit wir das besser beobachten können und bewege diesen Würfel ein wenig nach links und erstelle jetzt einen neuen Würfel. Also Umschalt A Add Mesh Cube. Jetzt haben wir zwei Kubusse und da Blender auf eindeutige Dateinamen angewiesen ist, hat Blender diesen Kubus jetzt auch automatisch umbenannt, nämlich nicht nur Cube, sondern Cube.001 und wenn ich hier mal im Outliner diese Hierarchie aufklappe, dann sehen Sie, dass auch die Geometrie einen Namen bekommen hat, der nicht Cube ist, wie beim ersten Kubus, sondern Cube.001 Umgekehrt, und ich bewege den jetzt nochmal etwas weg, wenn ich eine Kugel erstelle, Umschalt A Add Mesh UV Sphere, dann heißt das Objekt Sphere und die sogenannte Object Data heißt auch Sphere. Bei einer zweiten Kugel würde dann natürlich der Name in UV Sphere beziehungsweise Sphere.001 geändert werden und auch die Geometrie heißt jetzt Sphere.001 und Sie können dadurch sehen, dass sowohl Objekte einen Namen haben können, als auch die Geometrie aus der diese Objekte bestehen. Und der Name von dieser Geometrie ist Object Data. Also es gibt hier einmal Object und Object Data. Also Cube und nochmal Cube. Object und Object Data haben nicht nur eigene Namen, sondern auch eigene Panels. Also Sie haben hier für das Objekt, das kennen wir ja schon, das Object Panel, hier diese Object Properties und für die Object Data haben wir auch ein eigenes Panel oder eigene Properties. Und wenn Sie mal gucken, wir haben hier dieses Icon, dieses Symbol, ein kleines Dreieck, ein graues Dreieck und dieses graue Dreieck finden Sie auch wieder hier unten und wenn Sie mal mit der Maus hier drüber gehen, dann steht hier Object Data und das sind jetzt eben die Object Data Properties. Und wenn ich hier mal reingehe, dann gibt es hier viele Einstellungsmöglichkeiten, die werden wir noch im Laufe der DVD kennenlernen. Uns interessiert aber erst mal nur das hier oben. Also Sie haben hier auch die Hierarchie. Zwar einmal geht das hier los mit diesem Symbol der Szene. Sehen Sie auch hier die Szeneneigenschaften. Auch hier oben finden Sie das wieder. Also in dieser Szene befindet sich das Objekt. Das ist dann hier dieser Cube und innerhalb von diesem Cube ist die Object Data und die Object Data hat diese Eigenschaften hier und hier finden Sie also auch diese Hierarchie Szene Objekt Object Data und hier ist dieser Name von der Object Data und diesen Namen können Sie auch ändern. Also wie könnte das heißen sagen wir mal das ist Würfel statt Cube und damit das zusammenpasst will ich jetzt auch mal diesem Objekt Cube auch den Namen Würfel geben. Also gehe ich wieder zurück zu den Object Properties und benenne das Würfel. So das ist jetzt hier alphabetisch geordnet deswegen ist es hier unten. Also wir haben jetzt hier Object und Object Data und das hier ist ein kleines Menü und wenn Sie hier drauf gehen und mit der Maus drüber bleiben dann sehen Sie wenn Sie jetzt hier drauf klicken dann können Sie etwas tun nämlich Browse Mesh Data to be linked Also Sie können aus einer Liste auswählen zu welcher Mesh Data dieser Link geht und jetzt wird es ein klein wenig kompliziert Ich klicke jetzt hier mal drauf und habe jetzt hier eine Liste von sämtlichen Object Datas die ich in meiner Szene habe und wenn Sie mal vergleichen hier ist also Sphere und Würfel und vielleicht gebe ich mal ein kleines Präfix also ich gehe nochmal hier hin und benenne das jetzt Präfix M M wie Mesh also M Würfel dann hier Sphere ist M Sphere und M Cube und hier auch noch M Sphere so jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Würfel hier die Object Data und wenn ich hier drauf klicke dann sehen Sie also das ist alles die Object Data die in meiner Szene vorhanden ist und kann hier jetzt eine Auswahl treffen das heißt im Moment geht der Link von dem Objekt namens Würfel zu der Object Data namens M Würfel und da ich jetzt hier diese Liste habe kann ich diesen Link auch ändern ich gehe jetzt mal aus dem Edit Modus raus zurück in den Object Mode denn was ich jetzt machen kann ist aus dieser Liste eine andere Mesh Data auswählen also ich bin immer noch bei Würfel M Würfel und ersetze jetzt aber den Link zu M Würfel mit einem aber das Objekt ist trotzdem noch das Objekt namens Würfel und das zeigt also ganz deutlich dass die Object Data gar nicht so sehr stark mit dem Objekt verknüpft ist also das ist fast beliebig also ich kann jetzt genauso gut zu dem Objekt namens Sphere gehen und die Mesh Data ändern indem ich hier und zwar kann ich das nur im Object Mode machen indem ich hier jetzt den Link ändere von M Sphere zu M Würfel und habe jetzt das beides ausgetauscht also das Objekt heißt Sphere sieht aber aus wie ein Würfel verwendet ja auch die Mesh Data namens M Würfel und hier haben wir ein Objekt namens Würfel sieht aber aus wie eine Kugel denn es verwendet die Object Data der Kugel nämlich M Sphere und ich sage immer ganz bewusst verwenden denn das ist ein ganz wichtiges Prinzip von Blender nämlich das Prinzip des Users also wir haben eine ein Objekt oder einen Datensatz namens Objekt und dieser verwendet die Object Data verwenden kann auch heißen dass wenn ich jetzt dieses Objekt auswähle heißt ja Sphere und setze jetzt hier den Link statt M Würfel setze ich und dadurch dass diese beiden Objekte jetzt die gleiche Mesh Data verwenden haben wir hier eine Instanz und Instanz bedeutet dass wir zwar zwei Objekte haben aber die bauen sich auf aus der gleichen Mesh Data das heißt wenn ich hier in den Edit Modus wechsle dann sehen Sie nicht nur hier ist der Edit Modus aktiv sondern auch hier die beiden Objekte sind also synchron und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Vertex auswähle und G drücke und den bewege dann passiert das gleiche auch hier drüben denn sowohl Würfel als auch Sphere verwenden die Mesh Data die Object Data namens M-Sphere und da diese beiden Objekte jetzt die gleiche Object Data verwenden hat die Object Data zwei Benutzer und diese Anzahl der Benutzer oder der User die wird auch hier in den Object Data Properties angezeigt mit dieser kleinen Zahl am Ende also das ist jetzt ein Multi User also beide Objekte benutzen den gleichen Object Data Datensatz umgekehrt heißt das aber auch dass der Datensatz den dieses Objekt vorher verwendet hatte bzw. dieses hier der Datensatz M-Cube im Moment keinen Benutzer hat weil wir haben hier nur vier Objekte und zwei von diesen Objekten teilen sich einen Datensatz das heißt wenn ich hier mal in die Liste gucke dann ist hier der Datensatz den ich M-Cube genannt hatte der hat im Moment keinen Benutzer und deswegen ist hier diese kleine Null vor dem Datensatz und das klingt jetzt vielleicht alles furchtbar esoterisch und kompliziert hat aber zu arbeiten Instanzen erstellen können wenn sie jetzt diese Datei speichern so wie sie jetzt ist ohne dass die Object Data M-Cube einen Benutzer hätte dann würden diese Daten gelöscht das heißt sobald sie die Datei wieder öffnen ist der Datensatz M-Cube weg denn das ist eine weitere Besonderheit von Blender sie können nicht aktiv Daten aus der Szene heraus löschen Blender schaut einfach beim Speichern ob Daten benutzt werden oder nicht und alles was nicht benutzt wird wird einfach nicht gespeichert also auch hier ist Blender wieder wie ein Butler der ihnen die Arbeit abnimmt und sie müssen nicht aufräumen sie brauchen einfach nur sicherstellen dass der Datensatz nicht benutzt wird wenn sie ihn denn nicht brauchen und falls sie ihn doch brauchen auch hierfür gibt es Abhilfe es gibt nämlich den sogenannten Fake User hier ganz außen ist dieses kleine f ich nehme jetzt mal diesen Würfel hier dieser Würfel namens cube verwendet im Moment den Datensatz m cube punkt 001 so jetzt will ich gleich aus diesem Objekt auch eine Instanz von dieser Kugel mit der Spitze machen indem ich den Datensatz m sphere diesem Objekt zuweise will aber auf den Datensatz m cube 001 nicht verzichten warum auch immer spielt jetzt keine Rolle so ich will den also behalten ohne dass im Moment ein Objekt diesen Datensatz benutzt daher kann ich das das heißt wenn ich jetzt hergehe und dem Objekt cube den Datensatz m sphere zuweise dann hat jetzt der Datensatz m sphere drei Benutzer nämlich dieses Objekt dieses und dieses und wenn ich hier in die Liste schaue dann taucht vor diesem Datensatz ein kleines f auf das heißt das hat einen fake user und wird wenn ich die Datei jetzt speichere und anschließend wieder öffne noch vorhanden sein der Datensatz m cube wird allerdings verschwunden sein und das mache ich jetzt mal also STRG s save over jawohl ich hatte das schon mal gespeichert und jetzt drücke ich noch mal STRG o um die Datei noch mal zu öffnen also STRG o und dann enter und wenn ich jetzt in meine Liste schaue dann habe ich jetzt nur noch drei object data nämlich das hier denn dieses Prinzip des users das zieht sich durch ganz Blender hindurch also wenn wir später zu den Materialien kommen zu den Texturen zu den Animationsdaten all das baut auf diesem Prinzip auf des users und der object data und dieser Beziehung zwischen diesen beiden Einheiten Sie haben in der letzten Lektion gesehen wie Sie Instanzen erstellen können indem Sie sich das Prinzip des users und der object data zunutze machen und dieses Prinzip kann sehr hilfreich sein wenn Sie Dinge modellieren mit wiederkehrenden Eigenschaften also sagen wir mal Sie wollen einen Tisch modellieren da könnten wir jetzt anfangen mit der Tisch Platte so wie vorhin schon mal ich gehe jetzt also in den Edit Modus also Object Mode Edit Mode drücke jetzt SZ und skaliere jetzt so lange bis ich die gewünschte Dicke erreicht habe also zum Beispiel 0,03 sowas okay das ist jetzt meine Tischplatte diese Tischplatte die möchte ich jetzt nach oben verschieben jetzt ist die Frage mache ich das im Object Mode oder im Edit Mode und in diesem Fall möchte ich das im Object Mode machen so warum ist das so wenn ich das im Edit Modus mache und ziehe jetzt hier die Geometrie nach oben dann bleibt der Ursprung hier am Nullpunkt das heißt wenn ich jetzt mit der Tabulator Taste wieder in Object Mode wechsle dann bleibt der Ursprung der Origin also der Hauptpunkt von meinem Objekt hier unten das heißt wenn ich jetzt die Tischplatte anfasse dann sitzt das Manipulation Widget hier unten Auf dieses Thema komme ich in wenigen Minuten nochmal zu sprechen gehe jetzt aber nochmal in den Edit Modus und mache das Ganze rückgängig mit STRG Z und verlasse jetzt den Edit Mode gehe mit der Tabulator Taste wieder in den Object Mode und ziehe jetzt das Objekt im Object Mode nach oben und sehen dass hier natürlich die Form nach oben geht aber auch der Ursprung der Origin von dem Objekt auch der verschiebt sich nach oben ich hatte das jetzt nur so Pi mal Daumen gemacht soll aber exakt eine Blende Einheit sein deswegen gehe ich jetzt in dem Last Operator Menü her und ändere das zu 1 so jetzt zum Thema Instanz ich baue jetzt zuerst mal ein Tischbein also umschalt A Add Mesh Cube gehe jetzt in den Edit Modus drücke G Z 1 damit mein Tischbein auch tatsächlich hier auf dem Boden aufsitzt aber natürlich soll das Tischbein nur bis zur Tischplatte gehen deswegen gehe ich jetzt hierhin und wechsle in den Face Select Mode wähle die obere Fläche aus und bewege die eine Blende Einheit nach unten und zwar kann ich das tun indem ich hier anfasse und entlang der Z Achse bewege ich kann jetzt einfach eins drücken und zwar eins minus um jetzt eine Blende Einheit nach unten zu gehen um das Ganze jetzt schmaler zu machen möchte ich alles auswählen um alles auszuwählen auch dafür gibt es einen Shortcut nämlich Select All das finden Sie auch hier ist der Shortcut A also ganz einfach zu merken also Shortcut A alles auswählen und vielleicht haben Sie gerade gesehen ich habe zweimal A gedrückt denn wenn etwas ausgewählt war dann muss ich erst mal A drücken um alles abzuwählen und dann A um alles auszuwählen also also wenn etwas ausgewählt ist und Sie drücken einmal A ist danach nichts mehr ausgewählt und wenn nichts ausgewählt ist und Sie drücken A dann ist danach alles ausgewählt so jetzt habe ich alles ausgewählt und jetzt kann ich das Tischbein etwas schmaler machen natürlich das soll ja nicht so breit sein wie der Tisch indem ich S für skalieren drücke und dann Shift Z damit sich die Höhe nicht mehr verändert so jetzt skaliere ich nur noch entlang der X und Y Achse mache das Ganze jetzt schmaler und zwar soll das Ganze bis 0,5 gehen also kann ich hier unten im Header überprüfen S Shift Z bis 0,05 ungefähr so damit zieht das Tischbein und ich gehe aus dem Edit Modus raus mit der Tabulator Taste und bewege jetzt dieses Tischbein an den Rand von der Tischplatte so in etwa und jetzt brauche ich vier von der Sorte und natürlich muss ich nicht jedes Mal diesen ganzen Weg gehen also einen Cube erstellen diesen Cube skalieren und so weiter nein ich kann das einfach duplizieren und dieser duplizieren Befehl den finden sie hier drüben duplicate objects hier ist es ganz ähnlich wie bei den Menüs hier oben also wenn sie hier einmal drauf klicken dann haben sie die Aktion schon ausgeführt und sind jetzt im Bewegen Modus deswegen mache ich das mal rückgängig also STRG Z und stattdessen führe ich diesen Befehl von hier aus aus also der Shortcut ist wie man hier sieht Shift D also drücke ich jetzt hier Shift D und dieser Duplizieren Befehl besteht eigentlich aus zwei Schritten das eine ist das Objekt wird dupliziert und gleichzeitig wird das Objekt in den Bewegungsmodus versetzt denn man will ja nicht zwei Objekte direkt ineinander oder aufeinander haben sondern ein Duplikat soll ja immer an einer anderen Stelle sich befinden deswegen versetzt einen Blender automatisch in diesen Bewegungsmodus das heißt ich kann jetzt das Objekt bewegen und zwar soll es nicht nur einfach so bewegt werden sondern entlang der X Achse deswegen drücke ich jetzt X und kann jetzt dieses Tischbein hier rübersetzen so in dieser Shortcut Shift D der hat tatsächlich ein Duplikat erstellt und zwar nicht nur ein Duplikat von meinem ersten Tischbein also ich gehe hierhin statt Cube ist es also Tischbein 1 und jetzt ist also nicht nur Tischbein 1 dupliziert worden sondern auch die Object Data also das ist Tischbein 2 wenn sie mal hier gucken dann sehen sie das eine ist also Cube .001 und das andere ist Cube .002 ist also ein komplettes Duplikat sowohl von dem Objekt als auch von der Object Data sodass wenn ich jetzt hier in den Edit Modus gehe und irgendwas an diesem Tischbein verändere zum Beispiel wenn ich diese Fläche auswähle und das Tischbein breiter mache dann wirkt sich das nur auf dieses eine Tischbein aus das andere bleibt davon unberührt aber gerade bei Tischbeinen ist es ja so dass die Tischbeine in der Regel immer gleich sind und ich brauche jetzt ja nicht wenn ich das Tischbein einmal verändern will muss ich das nicht viermal machen sondern es wäre schön wenn das eine Tischbein reicht um alle vier Tischbeine zu modellieren statt jetzt hier dieses duplikat zu verwenden würde ich jetzt die object data von Tischbein 1 verwenden wollen also kann ich jetzt hier im object data menü die daten ändern von cube 002 auf cube 001 und habe jetzt eine instanz so und wenn ich jetzt in den edit modus wechsle dann sehen sie schon das wirkt sich auch auf diesen cube hier drüben aus so dass wenn ich jetzt diese fläche aus wähle und bewege dann tue ich das jetzt nicht nur hier sondern auch hier drüben und diese instanz können sie nicht nur erstellen indem sie diesen komplizierten weg gehen über dieses menü sondern können direkt eine instanz duplizieren und dieser befehl ist alt d den finden sie auch in diesem object menü denn wir wollen etwas mit einem objekt machen also hier in diesem object menü finden sie jetzt hier einmal duplicate objects das hatten wir eben das ist shift d und das andere ist duplicate linked also ein verlinktes objekt supplizieren also eine instanz erstellen das heißt also wenn ich jetzt alt d drücke und y betätige dann wurde jetzt zwar ein neues objekt erstellt dieses neue objekt ist aber automatisch verlinkt zu der gleichen mesh data wie das ursprung objekt so dass ich jetzt also tischbein 2.001 hier rüber schieben kann und danach das glänze nochmal also alt d jetzt x und das jetzt hier rüber verschieben kann und alle diese tischbeine verwenden jetzt den gleichen datensatz so dass wenn ich jetzt hier in den edit modus gehe mit der tabulato taste ich jetzt hier alles gleichzeitig bearbeiten kann und das ist natürlich bei diesem einfachen kubus noch nicht so spektakulär wenn sie später aber mal sehr komplizierte dateien und formen haben dann nimmt alle diese mesh data auch speicher platz weg und wenn sie jetzt eine relativ komplizierte form immer wieder verwenden dann kann es dazu führen dass ihre dateien sehr groß wird wenn diese form allerdings tatsächlich wiederkehrend ist und sie eine instanz verwenden können dann macht es Sinn das auch zu tun denn dann wird später auch die dateigröße kleiner denn es muss ja nicht immer die der outliner kann auch dazu dienen um drag and drop auszuführen das wird kann ich jetzt schon mal vorausnehmen in einer version von blender die in wenigen wochen erscheint auch möglich sein vermute ich dass man auch das parenting über drag and drop ausführt aber im moment kann man das drag and drop dazu verwenden um Namen zuzuweisen das heißt wenn ich jetzt hier dieses mesh habe mit dieser will dann kann ich natürlich hier reinklicken und einen Namen vergeben ich kann aber auch den Namen hier aus dem outliner hier rein ziehen also ich kann hier anfassen bei Tischbein 1 und zwar hier dieses Symbol fasse ich an und ziehe das hier in dieses Feld mit der linken Maustaste und jetzt sehen sie schon hier taucht ein kleines pop-up auf paste name das heißt wenn ich jetzt die Maus loslasse dann wird hier dieser Name eingefügt und alle diese Mesh Data heißen jetzt Tischbein 1 sehen ihr auch vier User also vier Benutzer und alle diese vier User benutzen jetzt also die Object Data namens Tischbein 1 sehr praktisch und wiederum ein kleiner Trick mit dem Outliner das können sie auch verwenden um Duplikate und Instanzen zu erstellen denn wenn ich jetzt hier anfasse und ich ziehe das jetzt nicht hier in das Namensfeld rein sondern hier rüber in den 3D Viewport und lasse los dann entsteht hier dort wo ich loslasse eine neue Instanz von Tischbein 2 Steuerung Z um das Ganze rückgängig zu machen das ist also ein sehr effektiver Weg um sehr schnell viele Objekte zu erstellen oder um viele Instanzen zu erstellen zum Beispiel ganz einfach erzeugen indem ich jetzt Shift D drücke jetzt Y das Ganze hier rüberschiebe und habe jetzt also einen völlig neuen Tisch den ich ganz neu bearbeiten kann zum Beispiel könnte ich hier die Tischplatte auswählen in den Edit Modus gehen die Fläche hier oben auswählen und die Fläche größer machen um hier so eine schräge Kante zu erzeugen oder ich wähle das ganze Ding mit Alt D jetzt X und verschiebe das hier rüber und habe jetzt also eine Instanz nicht nur von der Tischplatte die ich jetzt wieder für beide verarbeiten kann sondern auch für die ausgewählten Tischbeine bei diesem Befehl des Duplizierens muss man eine Sache beachten nämlich wie schon erwähnt dieser Befehl besteht aus zwei Teilen ich nehme jetzt mal diese Tischplatte hier und drücke noch mal Shift D so Shift D bringt mich automatisch in den Bewegungsmodus und jetzt kann es ja sein dass ich feststelle ach wollte ich gar nicht wollte ich gar nicht duplizieren deswegen breche ich das jetzt ab mit Escape oder mit der rechten Maustaste und es sieht so aus als wäre nichts passiert doch Vorsicht ist geboten denn der Befehl dieser Last Operator den wir gerade abgebrochen hatten der bestand ja aus zwei Teilen nämlich duplizieren und bewegen und was wir abgebrochen haben war nicht das duplizieren sondern das anschließende bewegen das heißt obwohl es hier nicht so aussieht liegen jetzt gerade zwei Objekte direkt übereinander denn das Duplikat ist immer noch da das heißt wenn ich jetzt hier mal anfasse und das nach oben ziehe dann sehen Sie dass unten drunter noch die zweite oder mit alt d und das ganze abbrechen dann haben Sie automatisch schon dieses Duplikat erstellt und wenn Sie das abbrechen mit der rechten Maustaste oder escape dann liegt das Duplikat an der original Ausgangsposition das heißt in dem Fall müssen Sie dieses Objekt jetzt löschen oder ich mache nochmal shift d escape oder Sie müssen jetzt einen Schritt zurück gehen um auch noch dieses duplizieren rückgängig zu machen also STRG Z vielleicht kann ich an dieser Stelle auch zeigen was so problematisch dabei ist wenn zwei Objekte übereinander liegen ich mache das jetzt nochmal also shift d rechte Maustaste um das abzubrechen mit der Kamera bewege ich mich jetzt mal ein bisschen auf diesen Tisch zu also Kamera auswählen und jetzt gzz und gehe jetzt hier zu meinen Render Buttons und berechne dieses Bild und hier sehen sie jetzt diese merkwürdig grisselige Oberfläche und das liegt eben genau daran dass hier zwei Objekte direkt übereinander liegen und immer wenn zwei Faces zwei Flächen direkt aufeinander liegen und einander auf diese Art und Weise durchdringen dann kommt es zu solchen Berechnungsfehlern das will man natürlich vermeiden deswegen ist bei diesem Duplizieren Befehl immer Vorsicht geboten wenn Sie diesen Befehl abbrechen nachdem Sie in der letzten Lektion den Zusammenhang von Object und Object Data kennengelernt haben möchte ich jetzt etwas mehr auf den Unterschied in der Bearbeitung von Object und Object Data eingehen Also Sie wissen ja Sie können im Object Mode neue Objekte erzeugen Sie können diese Objekte verschieben bewegen drehen skalieren und so weiter und das können Sie auch alles im Edit Modus machen allerdings mit einem kleinen Unterschied also ich gehe jetzt mal in den Edit Modus von diesem Würfel ich drücke die Tabulator Taste und kann jetzt hier diese einzelnen Vertices diese Punkte auswählen mit der rechten Maustaste und der Umschalttaste und kann die jetzt auch skalieren bewegen drehen und so weiter so und ich kann auch alles auswählen mit A zweimal in diesem Fall und kann auch jetzt das Ganze hier bewegen skalieren drehen und kann eben auch neue Objekte hinzufügen beziehungsweise die Terminologie ist hier nicht ganz korrekt ich kann einen neuen Teil von diesem Objekt hinzufügen denn wenn aber sie sehen vielleicht diesen Unterschied hier können sie nur Mashes hinzufügen und wenn ich jetzt hier auf Würfel gehe und diesen Würfel bewege dann habe ich jetzt zwar diesen neuen Würfel aber wenn ich jetzt den Edit Modus wieder verlasse dann kann ich diesen Würfel hier nicht gesondert auswählen das heißt wenn ich jetzt das hier bewege dann bewegen sich immer diese zwei Teile von dem Objekt und auch wenn ich das drehe dann dreht sich jetzt alles um den Ursprungspunkt von diesem Objekt das ist also ein ganz wichtiger Unterschied wenn man im Object Mode ein neues Mesh erzeugt also Shift A Add Mesh Cube dann ist das ein neues gesondertes Objekt was auch hier als neues Objekt auftaucht also Cube und Cube 1 aber wenn man im Edit Modus ein neues Objekt erzeugt dann ist das nur ein Teil nur ein neues Gitternetz nur ein neuer Bestandteil von dem Objekt also Shift A Add zum Beispiel UvSphere die kann ich dann zwar auch einstellen also in den Segmenten und Ringen und so weiter also es ist ein Operator gewesen aber wie gesagt es ist ein Teil von dem Objekt sodass ich hier im Outliner jetzt auch immer nur Cube habe und auch die MeshData heißt Cube also hier haben wir jetzt nicht Cube 001 und Sphere sondern das ganze Ding also alle diese Punkte die sind alle Teil von dem Mesh und dieses Mesh die Object Data heißt Cube und wenn man aus dem Edit Modus wieder rausgeht dann sind diese drei Teile von diesem Objekt im Raum verteilt aber drehen kann ich es nur um den Ursprungspunkt der Ursprungspunkt ist da wo er auch ursprünglich war nämlich hier und das ist also jetzt der Punkt an dem auch mein Widget greift und um das sich das Ganze dreht also ist der sogenannte Pivot Punkt und was auch auffällt ist dass sie im Edit Modus nur immer die gleiche Art von Objekt erzeugen können wie das Objekt in dem sie sich gerade befinden also im Object Modus kann ich jetzt Shift A drücken und könnte zum Beispiel auch eine Kurve erzeugen also Curve und dann nehmen wir mal einen Curve Circle und auch hier kann ich in den Edit Modus gehen und sie sehen schon dass diese Kurve ganz anders aufgebaut ist als diese Würfel also wenn die Würfel sogenannte Polygonobjekte waren ist diese Kurve nun ja eine Kurve eben und diese Kurve die kann ich bearbeiten indem ich diese einzelnen Punkte anfasse und wiederum bewege drehe drehe skaliere und so weiter aber wenn ich jetzt nochmal Shift A drücke dann kann ich jetzt kein Mesh erzeugen sondern kann nur wieder ein gleichartiges Objekt erzeugen nämlich einen weiteren Circle oder einen Pfad oder dergleichen also das sind alles Kurven und auch hier kann ich aus dem Edit Modus wieder rausgehen und habe jetzt wieder das als ein Stück und im Outliner wird mir das auch angezeigt Bezier Circle und da drin nochmal Bezier Circle und auch das hatte ich schon mal erwähnt sie können immer nur ein Objekt gleichzeitig bearbeiten das heißt wenn ich jetzt dieses ganze Ding hier auswähle und zusätzlich noch diesen Cube und gehe jetzt in den Edit Modus dann bin ich ausschließlich im Edit Modus von diesem Objekt wenn ich zuerst diesen Würfel auswähle und anschließend bei drückter Umschalttaste dieses Objekt und drücke jetzt die Tabulator Taste dann bin ich im Edit Modus von diesem Objekt also immer das zuletzt gewählte Objekt ist das sogenannte aktive Objekt und sie können immer nur in den Edit Modus von dem aktiven Objekt gehen wenn sie nur ein Objekt ausgewählt haben dann ist natürlich auch das hier das aktive denn ist es das zuletzt ausgewählte ich habe in der letzten Lektion ein paar Schlüsselbegriffe mehrmals verwendet nämlich zum einen Ursprung das ist ein immer wiederkehrender Begriff und das ist auch ganz wichtig dann Pivot Punkt aktives Objekt und Auswahl und diese Begriffe sind sehr wichtig denn sie erlauben bestimmte Workflows und die möchte ich Ihnen im folgenden vorstellen also zum einen kennen wir ja jetzt den Ursprung das ist dieser gelbe Punkt und dieser Ursprungspunkt ist in der Regel auch gleichbedeutend mit Pivot Punkt also Pivot Punkt ist der Dreh- und Angelpunkt meines Objektes also der Punkt um den ich zum Beispiel rotiere oder von dem aus skaliert wird also wenn ich hier den Rotationsmodus wechsle dann rotiere ich jetzt genau um die Mitte meines Objektes also hier um den Ursprung diesen Ursprung kann ich aber auch verschieben beziehungsweise kann ich im Edit Modus meinem Verschieben Werkzeug die Geometrie also die Object Data diese ganzen Vertices diese Punkte verschieben nach rechts und zwar weg von meinem Ursprungspunkt und im Edit Modus sitzt zwar hier das Widget und mein Transformationszentrum in der Mitte meiner Auswahl aber sobald ich wieder zurück in den Object Mode gehe ist mein Widget wieder hier am Ursprung und wenn ich das jetzt hier bewege dann sieht man es bewegt natürlich das ganze Ding aber dieser Ursprungspunkt bewegt sich eben auch und wenn ich hier in den Rotationsmodus wechsle dann rotiert dieses Objekt jetzt um den Ursprungspunkt und das ist natürlich sehr praktisch wenn man zum Beispiel eine Tür modellieren will also wenn ich einen Würfel habe und mache den etwas schmaler und höher so das könnte jetzt eine Tür sein und wenn ich das jetzt rotiere dann rotiert das also auf jeden Fall nicht wie eine Tür normalerweise sich bewegen würde und das liegt daran dass mein Rotationszentrum noch in der Mitte ist das heißt ich müsste jetzt erstmal die Geometrie also alle Formen die ganzen Punkte nehmen und eine Blendereinheit nach rechts bewegen also GY1 sodass jetzt die Geometrie so positioniert ist dass der Ursprungspunkt hier an der Kante sitzt und wenn ich jetzt zurückgehe in den Object Mode dann kann ich im Rotationsmodus jetzt hier oben diesen Punkt rotieren und habe jetzt eine Tür die sich auch verhält wie eine Tür sich normalerweise verhalten würde und das ist eben so lange der Fall wie mein Pivot Punkt so eingestellt ist dass er immer um den Ursprung des Objektes rotiert das kann man aber auch ändern wenn man mal hier hingeht in dem Header da ist ein Menü für den Pivot Punkt wenn ich hier mal draufklicke dann kann ich hier den Pivot Punkt einstellen und zwar die Standard Einstellung sehen Sie hier in diesem Symbol das ist Median Point das kann man aber auch verändern zum Beispiel zu 3D Cursor das heißt wenn ich jetzt den 3D Cursor hier positioniere dann kann ich jetzt um diesen Punkt rotieren bin also hier jetzt sehr frei um welchen Punkt ich rotiere ist natürlich nur für die temporäre Bearbeitung sinnvoll um das jetzt zu animieren könnte ich diese Einstellung dann natürlich nicht verwenden denn dieser 3D Cursor der ist ja immer woanders also je nachdem wo ich hinklicke ist also kein Fixpunkt kann man aber wie gesagt verwenden um temporär bestimmte Dinge zu rotieren oder modellieren zu können dann eine weitere Einstellung ist Active Element und dieser Begriff des aktiven Elementes das hatten wir in der vorherigen Lektion und ich erstelle jetzt mal einen zweiten Würfel bewege den hier rüber jetzt mal wieder auf Medienpoint damit mein Transformationszentrum hier sitzt also bewege ich das jetzt mal hier rüber also wir haben jetzt zwei Elemente einmal diese Tür und diesen Würfel und ich hatte schon erwähnt dass immer das Objekt aktiv ist was zuletzt ausgewählt worden ist das heißt wenn ich jetzt mit gedrückter Umschalttaste zusätzlich zu diesem Würfel auch noch diese Tür auswähle dann sieht man auch dass der Auswahlrahmen hier orange ist und hier ein helles orange oder fast schon gelb und diese helle Auswahlfarbe das zeigt mir eben dass dieses Objekt aktiv ist sieht man auch wenn ich jetzt die Tabulator Taste drücke dann komme ich immer in den Edit Modus des aktiven Objektes also in den Edit Modus von der Tür so und aktives Objekt das kann ich mir jetzt eben zunutze machen indem ich hier den Pivot Punkt ändere zu Active Element und Sie sehen schon wie das 3D Widget jetzt hier an den Ursprung von der Tür schnappt und wenn ich jetzt das Ganze rotiere dann rotiert das eben beides jetzt um die Tür beziehungsweise um den Ursprungspunkt von der Tür jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit denn Sie kennen jetzt schon den Status des aktiven Elementes auch des Elementes was ausgewählt ist aber nicht aktiv ist dann gibt es natürlich noch wenn ich jetzt nochmal einen Würfel erstelle dann gibt es ein Element was nicht ausgewählt ist und auch nicht aktiv das wäre jetzt der Fall also diese beiden Elemente sind weder ausgewählt noch aktiv und dann gibt es aber noch den Status dass ein Objekt zwar aktiv sein kann aber nicht ausgewählt und da jetzt die Tür ausgewählt ist und aktiv müsste ich eigentlich nur noch den Status der Auswahl ändern und das versuche ich jetzt mal indem ich hier die rechte Maustaste betätige und zwar auf dem Cube also auf dem hier hellgelb ausgewählten Kubus und drücke jetzt rechte Maustaste und wähle dann Deselect und habe jetzt ein Objekt was zwar nicht ausgewählt ist aber was immer noch aktiv ist das sieht man daran dass hier der Ursprungspunkt hellgelb dargestellt ist und dass mein Widget immer noch an diesem Punkt sitzt das heißt jetzt kann ich diesen Würfel um die Tür rotieren und diese Eigenschaft des aktiven Elementes und der Auswahl ist ist also ganz häufig so dass man das im Blender braucht wir haben das schon kennengelernt beim Parenting dass wenn ich jetzt diesen Würfel an die Tür binden will oder eine Hierarchie herstellen will dann würde immer das aktive Element das zuletzt ausgewählte Element das Elternteil sein wenn ich jetzt den Befehl STRG-P ausführe also set parent to object und dann wird immer das zuletzt ausgewählte das aktive Element verwendet und das ist in diesem Fall die Tür dann gibt es noch die Pivot Einstellung Individual Origins das ist eigentlich selbsterklärend also soll jeweils der individuelle Ursprung verwendet werden sodass ich wenn ich jetzt hier anfange zu rotieren dann rotieren die jeweils um ihren eigenen Ursprung wo hingegen wenn das Ganze so eingestellt ist dass der Medien Punkt also der Mittelpunkt verwendet wird dann wird hier um dieses Zentrum rotiert diese Medien Point Einstellung die kann man zwar übersetzen auch mit Mittelpunkt aber vielleicht könnte man es auch Schwerpunkt nennen denn das ist noch eine wichtige Unterscheidung zwischen Medien Point und Bounding Box Center was zunächst ganz ähnlich ist also wenn ich jetzt hier die Einstellung verändere zu Bounding Box Center dann tut sich hier erstmal nichts und auch die Transformation bleibt gleich aber den Unterschied kann man am besten demonstrieren wenn ich dieses Objekt dupliziere Shift D und vielleicht gar nicht so weit bewege sondern einfach ein paar Mal dupliziere und am gleichen Punkt wieder absetze jetzt habe ich also viele Objekte hier auf einem Punkt und ein einzelnes Objekt hier drüben und wenn ich jetzt mal alle diese Objekte auswähle und zusätzlich noch diese Tür hier dann sieht man dass bei Bounding Box Zentrum der Pivot Punkt hier ist wenn ich aber Median Point ausgewählt habe dann springt der auf einmal hier rüber und das liegt daran dass dadurch dass hier viele Objekte sind jetzt der Schwerpunkt hier drüben ist und bei Bounding Box Center bleibt das Ganze hier an dieser Stelle sollte ich vielleicht kurz erklären was die Bounding Box ist Bounding Box ist im Grunde der Begrenzungsrahmen von einem Objekt also wenn sie ein sehr kompliziertes Objekt haben dann können sie die Bounding Box verwenden um eine vereinfachte Darstellung zu erreichen die dann nur als Schachtel dargestellt wird und diese Schachtel die zeigt ihnen an wie die Dimension von dem Objekt ist ohne dass sie das ganze Objekt darstellen müssen erst mal zu verdeutlichen zoome ich etwas raus und erstelle hier einen Monkey Head drehe diesen und zoome nochmal rein und kann jetzt hier mit diesem Menü die Darstellung verändern und wenn ich jetzt hier drauf klicke dann kann man hier auswählen Bounding Box und jetzt sehen Sie dass alle Objekte nur noch als viereckige Schachtel dargestellt werden und in diesem Falle von diesem Monkey Head ist die eben genauso groß dass dieser Affenkopf hier reinpasst also es kann hilfreich sein um die Szene zu vereinfachen und um einfach nur die Dimension von einem Objekt und dessen Position und Rotation anzuzeigen ohne dass die ganze Geometrie dargestellt werden muss die Ansicht in der wir vorher waren das Solid Viewport Shading hier sieht man also die Oberfläche und die Form des Objektes und genau also Boundingbox ist einfach um das Ganze zu vereinfachen und diese Einstellung hier das Boundingbox Center das ist also der gleiche Objekt Ursprung den wir auch hier bei Median Point haben aber wenn man jetzt mehrere Objekte hat wie hier unten dann wird eben bei der Boundingbox Center Einstellung geguckt wo ist der Mittelpunkt zwischen diesen Objekten nämlich genau hier und bei Median Point da geht es um den Schwerpunkt das heißt wenn ich hier nur ein Objekt auswähle und dann die Tür hier drüben dann ist der Pivot Punkt hier und je mehr Objekte ich hier auswähle desto sozusagen schwerer wird diese Seite und deswegen rückt hier rüber je mehr Objekte ich hier auswähle und das Ganze funktioniert natürlich auch im Edit Modus das heißt ich gehe mal wieder zurück ins Solid Draw Type Shading und mache das Ganze mal hier bei dem Monkey Head gehe also jetzt in den Edit Modus und wähle erstmal nur einen Punkt aus einen Vertex und hier in der Median Point Pivot Point Einstellung da würde jetzt bei wenn ich jetzt mehrere Punkte hier auswähle sitzt die Auswahl immer da wo die meisten Punkte sind also je mehr Punkte hier drüben sind desto schwerer wird diese Seite also wenn ich jetzt mal diesen Punkt abwähle und stattdessen einen hier drüben auswähle dann sieht man das vielleicht etwas besser also je mehr Punkte hier ausgewählt sind desto weiter rückt hier mein Pivot Punkt hier rüber wenn ich aber Boundingbox Center eingestellt habe dann wird einfach der Mittelpunkt genommen also dann wird geschaut wo ist hier der äußerste Punkt von der Auswahl hier drüben wo ist der äußerste Punkt hier und dann wird einfach die Mitte genommen und zwar unabhängig davon wie viele Punkte hier dazwischen ausgewählt sind und je nachdem was sie gerade machen ist mal das eine und mal das andere praktischer aber wie gesagt die Standardeinstellung ist Median Point und verwendet damit standardmäßig den Ursprung und bei mehreren Objekten eben den Schwerpunkt zwischen diesen Objekten es gibt noch eine kleine Besonderheit hier unten neben diesem Menü und das ist dieser Button und wenn man nicht weiß was dieser Button tut und man aktiviert ihn mal aus versehen dann kann einen das in ziemlicher Ratlosigkeit zurücklassen denn wenn dieser Button aktiviert ist dann können sie Objekte nicht mehr drehen und nicht mehr skalieren denn was dieser Button tut ist wie der Tooltip schon sagt er bezieht sich ausschließlich auf die Center Points das heißt wenn ich jetzt R drücke dann kann ich dieses Objekt nicht rotieren denn es werden nur die Origins rotiert was bedeutet das im Einzelnen das heißt wenn ich jetzt zwei Objekte ausgewählt habe und drücke R dann kann ich die jetzt rotieren und zwar vielleicht sehen sie schon was passiert die rotieren jetzt wie ein Karussell ich stelle das nochmal aus und drücke R dann steht jetzt an dieser Stelle unser Monkey Head auf dem Kopf ist also einfach eine ganz normale Rotation aber wenn ich einfach nur die Object Centers rotiere dann bleibt die Ausrichtung von diesem Objekt gleich beim Skalieren wenn ich das nochmal ausschalte und drücke S während ich beide Objekte ausgewählt habe dann werden die kleiner nähern sich aber auch aneinander an wenn dieser Button aktiviert ist dann kann ich zwar S drücken aber die Objekte werden nicht kleiner sondern rutschen einfach nur näher aneinander heran kann also in manchen Situationen auch sehr praktisch sein um den Abstand zwischen Objekten zu verändern ohne die Objekte einzeln bewegen zu müssen aber wie gesagt man muss wissen was dieser Button tut sonst kann einen das ganz schön ratlos zurücklassen wenn man das aus versehen aktiviert wir kennen ja schon die rechte Maustaste um einzelne Objekte Punkte Flächen Kanten auszuwählen also zum Beispiel so bei gehaltener Umschalttaste kann ich diese Fläche auswählen man kann das aber auch schneller machen und zwar wenn ich mal hier in das Select Menü gehe dann sehen sie hier es gibt ein Befehl Border Select Shortcut ist B und wenn ich das betätige dann habe ich hier ein kleines Kreuz und wenn ich hier mit der linken Maustaste mal klicke und gedrückt halte dann kann ich hier so ein Auswahl Rechteck aufziehen und füge damit diese Fläche diesen Punkten als Auswahl noch hinzu und der Unterschied ist zu der rechten Maustaste dass die Border Select additiv ist das heißt während ich wenn ich bei der rechten Maustaste einmal klicke wenn ich jetzt einen Punkt hinzufügen wollte dann müsste ich jetzt noch die Umschalttaste gedrückt halten ansonsten würde ich einfach nur die Auswahl ersetzen also wenn ich einfach nur einen Punkt habe und drücke jetzt die rechte Maustaste dann wird die Auswahl ersetzt es sei denn ich halte die Umschalttaste gedrückt die Shift Taste dann werden hier diese vier Punkte ausgewählt bei der Border Select ist das anders hier kann ich wenn ich jetzt B drücke kann ich jetzt diese Punkte der Auswahl hinzufügen ohne dass ich irgendwas besonders gedrückt halten muss man kann die Border Select auch verwenden um etwas abzuwählen also wenn ich nochmal B drücke und das Auswahl Rechteck jetzt statt mit der linken Maustaste mit der mittleren Maustaste aufziehe dann wird alles was innerhalb von diesem Auswahl Rechteck ist von der Auswahl abgezogen und auch das ist sozusagen additiv also ich kann hier nacheinander die einzelnen Punkte auswählen oder abwählen und das kann man auch kombinieren also ich kann natürlich jetzt erstmal diese beiden Punkte auswählen mit der rechten Maustaste und jetzt mit B die ganze Fläche hier oben auswählen wenn ich B drücke und das Auswahl Rechteck über die ganze Fläche hier aufziehe dann werden scheinbar alle Punkte von dem Würfel ausgewählt wenn ich mich aber mal rumdrehe und von hinten gucke dann sieht man dass dieser Punkt nicht mit in der Auswahl drin war das liegt daran dass in der Punkt hier hinten nicht sehe da er von diesen Flächen verdeckt wird kann er auch nicht mit ausgewählt werden und in dem sogenannten Solid Viewport Shading gibt es noch einen extra Button nämlich diesen hier der Tooltip sagt Limit Selection to Visible und genau das passiert hier ich kann also wenn ich nochmal A drücke um alles abzuwählen so wenn ich jetzt also B drücke und hier einen Auswahlrechte über alles aufziehe dann wird nur das ausgewählt was auch sichtbar ist wenn ich diesen Button deaktiviere dann sieht man hier so ganz schwach hier hinten noch diesen anderen Punkt drehe mich mal ein bisschen also man sieht jetzt hier dass die Flächen so halbtransparent sind und dadurch kann ich jetzt wenn ich die Auswahl über alles aufziehe kann ich jetzt auch das auswählen was vorher unsichtbar war und habe jetzt also alle Punkte ausgewählt das kann sich auch zu Nutzen machen wenn ich einfach nur eine Seite auswählen will zum Beispiel die linke Seite ohne dass ich den Viewport drehe also kann ich jetzt hier B eine Auswahl aufziehen habe jetzt hier die gesamte linke Seite ausgewählt kann die jetzt bearbeiten verschieben drehen skalieren und so weiter oder B das Ganze wieder abwählen wenn dieser Button hier nicht aktiviert ist dann kann ich das nicht denn wenn ich jetzt B drücke und die Auswahl über diese Fläche hier aufziehe dann werden nur diese drei Punkte die sichtbar waren ausgewählt und um diese Auswahl zu vereinfachen ohne diesen Knopf betätigen zu müssen gibt es noch einen speziellen Draw Mode einen Shading Mode und das ist das sogenannte Wireframe Shading Solid auf Bounding Box kann man hier auch umstellen von Solid auf Wireframe und Sie sehen dass hier im Edit Modus kein Unterschied besteht zwischen Wireframe und Bounding Box aber wenn ich im Object Mode bin dann ist es ein Unterschied ob ich hier im Bounding Box Modus bin oder im Wireframe bzw. jetzt natürlich nicht denn die Bounding Box passt genau um diesen Würfel herum wenn ich und auch diesen Punkt verschiebe jetzt nochmal in den Bounding Box Modus gehe dann sieht man dass jetzt die Bounding Box so groß ist dass alle diese Punkte hier reinpassen aber im Wireframe werden halt genau die Kanten angezeigt aus denen dieser Würfel besteht und das gleiche im Edit Modus also hier Bounding Box verändert nichts da wird einfach nur der Wireframe das Drahtgittergerüst angezeigt und auch im Wireframe Modus wird natürlich das Wireframe Drahtgittergerüst angezeigt und da man das sehr häufig braucht gibt es auch einen Shortcut für nämlich der Shortcut ist Z also wenn ich einmal Z drücke dann bringt mich das wieder in den Solid Viewport Shading Modus also Z wechselt immer zwischen Wireframe und Solid Draw Type Shading und das kann ich mir zunutze machen um jetzt einfach alles auswählen zu können auch was hier hinten ist ohne diesen Button hier betätigen zu müssen denn es ist natürlich ganz praktisch dass man hier durch dieses Solid Draw Type Shading auch beeinflussen kann wie weit geht meine Auswahl also wenn ich jetzt tatsächlich nur diese vier Punkte ausgewählt kann die verändern wenn dieser Button ausgeschaltet gewesen wäre dann hätte ich jetzt viel mehr aufpassen müssen was ich auswähle denn wenn ich hier einfach das Auswahl rechteck aufziehe dann wird auch der Punkt hier hinten mit ausgewählt so dass wenn ich jetzt diese Fläche bewege dann bewegt sich auch die Fläche hier hinten mit also insofern ist das Solid Draw Type Shading auch sehr praktisch um die Auswahl auf alles zu limitieren was sichtbar ist und wenn man dann aber mal das auswählen will was auf der hinteren Seite ist dann drückt man einfach Z geht in das Wireframe Shading und kann jetzt hier zum Beispiel diese Punkte abwählen oder eben auswählen so dann gibt es noch ein weiteres Auswahl Werkzeug also Select das gibt hier dieses Circle Select also die Kreisauswahl wie der Name schon sagt wenn ich jetzt C drücke dann habe ich hier einen Auswahlkreis und kann hier solange ich in diesem Modus bin kann ich jetzt mit der linken Maustaste hier drüber malen und die Punkte auswählen oder genauso wie beim Border Select mit der mittleren Maustaste diese Punkte abwählen und das kann ich also so lange machen wie ich in diesem Modus bin und ganz ähnlich wie bei dem Bewegungsmodus also wenn man einmal G drückt kann ich diesen Modus verlassen indem rechte Maustaste drücke oder Escape und jetzt bin ich aus diesem Auswahlmodus wieder raus und kann hier ganz normal weiterarbeiten diesen Kreis kann man auch in der Größe verändern mit dem Mausrad also wenn ich hier mal nach unten scrolle dann habe ich jetzt eine sehr große Kreisauswahl kann also sehr schnell sehr viel auswählen oder wenn ich komplizierte Objekte habe und möchte nur bestimmte Dinge auswählen dann mache ich den Kreis einfach mit dem Mausrad wieder kleiner kann jetzt hier schön genau drüber malen bei gedrückter linker Maustaste oder auch einzeln hier diese Punkte so auswählen oder mit der mittleren Maustaste wieder abwählen so als letztes stelle ich Ihnen noch vor es gibt die Lasso Auswahl die Lasso Auswahl da gibt es hier keinen extra Menüpunkt für die kann man aktivieren indem ich die Steuerungstaste gedrückt halte und kann jetzt mit der linken Maustaste hier so ein Lasso über diese Punkte malen und alles was innerhalb von diesem Lasso ist wird hier jetzt ausgewählt und auch hier kann man das Werkzeug wieder so modifizieren dass etwas abgewählt wird und zwar ist das in diesem Fall nicht die mittlere Maustaste denn die ist ja schon vergeben für das Zoomen stattdessen hält man hier jetzt zusätzlich zur Steuerungstaste noch die Shift Taste gedrückt also die Umschalt Taste und wenn ich jetzt mit der linken Maustaste hier einmal male dann kann hier wieder ein Lasso malen und alles was innerhalb von diesem Lasso war wird abgewählt mit all den Informationen aus den vorangegangenen Kapiteln wissen sie jetzt schon so viel über Blender dass sie hier gut und gerne ein ganzes Wohnzimmer modellieren können und wie das geht will ich Ihnen im folgenden mal kurz zeigen und damit vielleicht ein paar von den Sachen aus den letzten Kapiteln zusammenfassen also ich würde anfangen vielleicht mit einem Tisch und damit der Tisch hier schön auf dem Fußboden sitzt gehe ich erstmal in den Edit Modus Tabulator Taste und setze jetzt die Geometrie etwas nach oben damit die hier auf dem Boden aufsitzt also G Z 1 wenn ich jetzt aus dem Edit Modus wieder ich das schön hier von dem Fußboden nach oben oder nach unten bewegen kann so aber stattdessen will ich den Tisch etwas schmaler machen damit das soll die Tischplatte werden damit das nicht so dick ist also drücke ich S Z Punkt 1 damit das Ganze etwas schmaler wird und im Moment sitzt die Tischplatte bei global bei 1 und ein Tisch der 1 Meter hoch ist das macht eigentlich Sinn deswegen würden jetzt als nächstes die Tischbeine folgen die Tischbeine die könnte ich jetzt hinzufügen als neues Objekt oder auch als Teil von dem Objekt das ich jetzt noch Tisch nenne und dieses Benennen das könnte ich jetzt hier tun oder auch im Outline indem ich hier mit der Steuerungstaste und der linken Maustaste einmal drauf klicke und Tisch noch die Tischbeine hinzufügen das mache ich jetzt im Edit Modus damit die Tischbeine auch ein Teil von dem Tisch sind damit ich jetzt besser sehe wo die Tischbeine sich befinden gehe ich jetzt mal in die Quad View also View Toggle Quad View und sehe jetzt hier einmal den Tisch aus der Kameraperspektive aber auch von oben von vorne und von der Seite ich drücke jetzt nochmal und diesen Würfel den verkleinere ich jetzt erstmal und zwar um die Hälfte also S Punkt 5 habe ich jetzt also um 0,5 also um die Hälfte kleiner gemacht jetzt sitzt das Tischbein hier noch nicht auf dem Boden auf also es ragt hier noch aus dem Boden also aus der Y Achse raus deswegen drücke ich jetzt G Z Punkt 5 um jetzt auch das Tischbein so nach oben zu bewegen dass es hier auf dem Fußboden aufsitzt und da das Ganze mir noch etwas zu dick ist skaliere ich das jetzt und schließe dabei die Z Achse aus also mache es einfach nur schmaler und damit ich hier auch aus der Top View sehe was ich mache drücke ich die Z Taste damit ich in den Wireframe Draw Mode komme damit ich jetzt hier sehe wie dick mein Tischbein ist drücke jetzt S und dann Umschalt Z um die Z Achse auszuschließen und kann jetzt dieses Tischbein entlang der X und Y Achse schmaler machen so vielleicht so viel und ich will vier Tischbeine haben deswegen bewege ich das jetzt hier an die Seite und zwar so so bisschen Pi mal Daumen jawohl so dann dupliziere ich das Ganze denn ich will ja an allen vier Ecken ein Tischbein haben also Shift D Y bewege das Ganze hier rüber und könnte das jetzt noch zweimal machen hier und hier oder und das ist natürlich ein Schritt schneller ich wähle jetzt beide Tischbeine aus und dupliziere die am Stück und habe jetzt hier erst mal nur einen Punkt von diesem Tischbein noch mit ausgewählt denn ich will jetzt alles das auswählen was noch mit diesem Tischbein verlinkt ist also der Rest von diesem Tischbein geht also zu Select dann Select Linked habe jetzt hier beide Tischbeine ausgewählt und kann die jetzt mit Shift D X hier rüber bewegen und dann mit der linken Maustaste absetzen und habe jetzt hier einen wunderbaren schönen Ikea Tisch so was jetzt noch fehlt ist der Fußboden und da mein 3D Cursor hier noch am Fußboden ist kann ich ganz einfach sagen Shift A Add Mesh Plane und natürlich nicht vergessen vorher aus dem Edit Modus wieder raus zu gehen also ich bin im Object Mode sehen Sie auch daran dass ich hier noch die ganzen anderen Arten von Objekten hinzufügen könnte gehe also jetzt zu Add Mesh Plane und drücke jetzt S und kann Ihnen an dieser Stelle vielleicht noch eine Sache zeigen denn gerade die Skalierung hängt auch davon ab wo Sie die Skalierung starten und zwar wo sich die Maus befindet das heißt wenn Sie die Maus hier direkt am Objekt Ursprung haben und drücken jetzt S und ich verlasse mal die Quad view drücke also STRG ALT Q und bringe die Maus ganz nah an mein Objekt Ursprung und drücke jetzt S und sehen dass wenn ich die Maus nur ein klein wenig bewege dass das Objekt schon sehr schnell sehr viel größer wird und auch dass ich das Objekt nicht mehr sinnvoll kleiner machen kann ohne dass ich hier die Präzision verliere und gerade die Skalierung hängt davon ab Objekt kleiner machen wollen dann ist es in der Regel besser sie starten mit der Transformation etwas weiter außerhalb das heißt ich bewege jetzt die Maus hier hin drücke jetzt S und habe jetzt hier diese ganze Distanz zwischen dem Zentrum und der Ursprungsposition der Maus um jetzt hier schön fein die Präzision von dieser Skalierung zu steuern und hier das Problem da die Maus am Bildschirmrand war die Skalierung gestartet habe so also wunderbar ein Fußboden ich gehe mal wieder in die Quadview also steuerung alt q denn das nächste was ich haben will sind Stühle nichts leichter als das können wir hier schön aus dem Tisch bauen und deswegen dupliziere ich erstmal diesen Tisch shift d und hier ist natürlich wichtig nicht alt d zu drücken denn die Stühle sollen ja eine andere Object Data haben als der Tisch denn es soll werden also drücke ich jetzt shift d dann y und kann jetzt hier dieses duplikat hier rüber bewegen und da ein Stuhl ja in der Regel etwas kleiner ist als ein Tisch gehe ich jetzt hier mal in den Edit Modus und zwar verlasse ich vorher wieder die Quadview damit ich etwas mehr Platz habe drücke also STRG alt q bewege das etwas nach unten gehe in den Edit Modus drücke also die Tabulator Taste und um jetzt diesen Stuhl zu bauen drücke ich A um nichts mehr ausgewählt zu haben drücke jetzt B um jetzt hier diese Kante auszuwählen und dann sowohl die Tischkante als auch die Stuhlbeine zu nehmen und hier mehr in die Mitte zu bewegen oder ich drücke einfach A um alles auszuwählen und dann wiederum S Shift Z und kann auch hier so das Ganze schmaler machen der Unterschied hier ist natürlich dass wenn ich das so mache mit S dann werden die Stuhlbeine auch schmaler denn ich skaliere hier alles und der Unterschied ist natürlich dass wenn ich das mit der Methode mache also Box Select und verschieben dann bleiben die Stuhlbeine genauso dick wie sie vorher waren und werden einfach nur in ihrer Position verändert das ist natürlich jetzt Geschmackssache ob die Stuhlbeine dünner sein sollen als beim Tisch und eigentlich sollte das so sein deswegen gehe ich nochmal zurück mit STRG Z drücke A alles auswählen dann S Shift Z um nicht die Z Achse zu skalieren sondern nur entlang der X und Y Achse mache das also etwas kleiner zum Beispiel so schauen wir das jetzt mal an indem ich mit der mittleren Maustaste im Viewport etwas rotiere mein Stuhl ist jetzt genauso hoch wie der Tisch und da das hier eigentlich fast mehr so ein Couch Tisch ist gar nicht so verkehrt vielleicht könnte es ein bisschen kleiner werden also mit B wähle ich jetzt nur die obere Seite von der Sitzfläche aus bewege die jetzt mit Z etwas nach unten vielleicht auch die Unterkante kann ich auch etwas nach oben bewegen und zwar so und jetzt wähle ich alles aus nämlich die Tischplatte und die Stuhlbein Oberseiten also hier diese Flächen und bewege das nach unten das könnte ich im Solid Draw Type nicht so ohne weiteres machen wie sie sich schon denken können also ich gehe nochmal zurück wäre ich jetzt im Solid Draw Type Shading gewesen und hätte jetzt B verwendet um hier eine Auswahl aufzuziehen dann hätte ich nur das ausgewählt was ich auch sehe also von der anderen Seite schaue dann sieht man dass dieser Punkt nicht mit in der Auswahl drin ist so dass wenn ich jetzt das nach unten bewege dann sieht das Ganze etwas merkwürdig aus denn die Auswahl erstreckt sich nicht auf die Oberseiten von den hinteren Stuhlbeinen deswegen ist in diesem Fall wirklich sehr praktisch wenn man den Wireframe Viewport Shading verwendet und jetzt wähle ich nochmal alles aus mit B bewege das etwas nach unten schaue mir das von vorne an drücke also die 1 und so das gefällt mir schon ganz gut was jetzt noch fehlt ist eine Lehne für den Stuhl und diese Lehne kann man ganz einfach erstellen indem man entweder einen neuen Würfel verwendet oder da wir schon diese Sitzfläche haben vielleicht können wir uns auch dieser Sitzfläche bedienen und zwar wähle ich und will die jetzt rotieren und zwar so dass daraus eine Lehne wird das heißt ich muss jetzt diese vertices entlang der x achse rotieren drücke also r x und da ich die Gradzahl weiß nämlich 90 Grad kann ich diese Gradzahl auch einfach direkt eintippen also 90 so Problem dabei ist ich habe vergessen die Sitzfläche zu duplizieren also STRG und Z drücke jetzt Shift D und habe jetzt die Sitzfläche dupliziert und genauso wie bei den Objekten die ich vorhin auch dupliziert hatte muss man hier jetzt aufpassen dass man tatsächlich die Sitzfläche danach rotiert oder bewegt und das Ganze nicht einfach abbricht denn sonst hätte man wieder doppelte Flächen die aufeinander liegen also ich drücke jetzt die rechte Maustaste und habe jetzt die Aktion abgebrochen aber das Duplikat meiner Sitzfläche ist hier immer noch vorhanden und mit dieser Auswahl kann ich jetzt nochmal R drücken dann X und dann 90 jetzt die Enter Taste oder die linke Maustaste um das zu bestätigen habe jetzt hier meine Rückenlehne und kann die jetzt noch hier nach hinten bewegen so und so wenn ich nochmal aus der Quadview gucke dann kann ich das präziser positionieren also so und das passt auch G Y um das etwas nach vorne zu bewegen und habe jetzt hier einen Stuhl so und jetzt möchte ich nicht nur einen Stuhl haben sondern vier Stühle soll eine Sitzgruppe werden und diese vier Stühle die sollen also so um den Tisch herum angeordnet werden da ich die Stühle alle im gleichen Laden gekauft habe sehen die auch alle gleich aus deswegen soll das eine Instanz werden damit falls ich den Stuhl später nochmal modifizieren will damit ich dann eine Instanz habe und nicht alles doppelt und dreifach machen muss deswegen dupliziere ich jetzt diesen Stuhl und zwar mit Alt D könnte jetzt den Stuhl so nehmen und hier platzieren also könnte jetzt hier die linke Maustaste drücken oder Enter und hätte dann den Stuhl hier abgesetzt aber ich mach's einfach mal aber sie sehen der Stuhl weist jetzt in diese Richtung und die Sitzgruppe sollte eigentlich so sein dass alle Stühle hier in Richtung von dem Tisch ausgerichtet sind deswegen lösche ich dieses Duplikat von dem Stuhl mal mit x delete und der 3D Cursor sitzt hier noch wunderbar im Zentrum meiner Szene sollte das nicht der Fall sein können sie noch ganz einfach wieder indem sie hier in dem Properties Panel im 3D Cursor Panel hier bei Location für 3D Cursor jeweils 0 eintragen oder auch die Suche verwenden also Leertaste Cursor und dann hier Snap Cursor to Center tut das gleiche so und während mein Cursor jetzt hier in der Mitte ist wähle ich den Stuhl aus und möchte jetzt ein Duplikat ein verlinktes Duplikat von dem Stuhl bewegen und rotieren nämlich um die Tischplatte herum oder um das Zentrum und der Pivot Punkt sollte dabei dann der 3D Cursor sein deswegen gehe ich jetzt hier in das Pivot Point Menü wechsle von Median Point auf 3D Cursor mein Transformations Zentrum ist jetzt hier direkt in der Mitte von der Szene und jetzt kann ich mit Alt D das verlinkte Duplikat erstellen Alt D und statt jetzt hier weiter zu bewegen kann ich noch während ich hier im Bewegungsmodus bin den Bewegungsmodus auch ändern auf Rotation drücke jetzt also R bin jetzt im Rotieren Modus statt im Bewegen Modus und muss jetzt nur noch die Achse die Achse um die rotiert werden soll ist in diesem Fall die Z Achse deswegen drücke ich jetzt einmal Z und kann jetzt diesen Stuhl direkt um das Zentrum meiner Szene rotieren und vielleicht bei 90 Grad bestätige ich das oder tippe einfach 90 so bestätige das mit der linken Maustaste und jetzt kann ich das Ganze wiederholen und zwar wenn man sich gemerkt hat wie die die Tastenkombination war dann geht das ganz schnell Alt D R Z 90 Enter ganz einfach und schnell nochmal Alt D R Z 90 Enter fertig um sich das jetzt mal anzuschauen wie das mit Oberflächen aussieht wechsle ich in den Solid Viewport Shading Modus oder drücke einfach Z und jetzt 0 um durch die Kamera zu gucken und habe jetzt hier meine erste Sitzgruppe in Blender modelliert und wie Sie sehen können Sie mit diesen wenigen Werkzeugen schon ganz viel erreichen und da die Stühle ja Instanzen sind könnte man jetzt auch hergehen und an diesem Stuhl nochmal Z drücken um in den Wireframe Modus zu gehen alle Stuhlbeine auswählen oder hier die Stuhlbeinfüße und das Ganze jetzt skalieren und zwar nicht vom Mittelpunkt wenn Sie S drücken können Sie hier jetzt so schräge Stuhlbeine erzeugen und da es eine Instanz ist wirkt sich das auf alle Stühle aus sieht aber etwas merkwürdig aus deswegen drücke ich STRG und Z um das Ganze rückgängig zu machen aber was man vielleicht machen könnte der Gemütlichkeit halber die Rückenlehne vielleicht etwas abschrägen also nochmal Edit Modus Z für Wireframe B für Box Select hier die Kante auswählen etwas nach hinten bewegen und hat jetzt hier so eine abgeschrägte Stuhllehne erzeugt und das sieht vielleicht etwas besser aus da im wirklichen Leben die Sachen nie so symmetrisch sind wie hier im 3D Bereich wähle ich jetzt die noch etwas unabhängig voneinander zu positionieren und das ist natürlich der große Vorteil von den Instanzen wiederum dass zwar die Form von dem Objekt gleich bleiben kann dass aber die Positionierung Rotation oder Skalierung unabhängig voneinander passieren kann und damit das Wohnzimmer nicht so leer ist bauen wir noch schnell ein Regal und auch hier fange ich wieder mit dem Würfel an also Shift A at Mesh Cube bewegt den hier etwas rüber vielleicht hier in die Seite und damit ich mich jetzt hier auf diesen Würfel konzentrieren kann verwende ich diesen Trick den ich Ihnen vorhin schon gezeigt hatte ich verstecke nämlich alles andere mit Shift H sehen jetzt also hier alle diese Objekte sind versteckt und kann mich jetzt hier auf das Regal konzentrieren als allererstes drücke wieder die Tabulator Taste für den Edit Modus dann GZ 1 damit hier der Ursprung schön am Nullpunkt sitzt und dann im Edit Modus drücke ich SY,5 dann SX2 damit das etwas länglicher wird und will jetzt hier die obere Fläche etwas nach unten bewegen also wähle ich die aus im Face Select Modus bewege die hier nach unten und zwar so drücke jetzt STRG L um das alles auszuwählen dann SHIFT D um das zu duplizieren dann GZ 2 um das ganze 2 Einheiten nach oben zu bewegen das könnte vielleicht noch etwas höher sein also vielleicht so dann will ich das wiederum duplizieren also SHIFT D das soll jetzt die Seitenwand werden deswegen R X aha und das war die falsche Achse deswegen schnell wechseln zu Y also Y Taste drücken und jetzt wieder 90 Grad jawohl das jetzt nach unten bewegen und so kann man also sehr schnell und einfach Dinge modellieren SZ um das schmaler zu machen SX wiederum schmaler oder SX vielleicht kann ein bisschen dicker sein das bewege ich jetzt mal hier nach außen damit das hier schön abschließt gehe ich mal in den Wireframe Modus nehme hier diese untere Fläche bewege die nach unten nehme die Fläche bewege die etwas nach oben damit das hier schön reingeht dann nochmal STRG L shift dx und so kann man also wirklich sehr sehr schnell hier etwas modellieren das Regal könnte so mittlere Unterteilungen haben also shift dx dann in der Mitte das könnte etwas schmaler sein vielleicht nehmen wir auch zwei von diesen oder drei von diesen Unterteilungen so und dann noch als letztes hier noch eine mittlere Unterteilung also nochmal STRG L dann shift d z um das ganze in der z achse nach unten zu duplizieren vielleicht noch etwas weiter so hier dann sz damit diese Bretter etwas schmaler sind und damit die Bretter hier an der Seite nicht raus ragen sondern hier aufhören nochmal s x und zwar so und jetzt shift d z und dann nochmal shift d z so jetzt haben wir ein Regal und ich bin jetzt wieder im Object Mode im Object Mode möchte ich jetzt alles andere wieder anzeigen deswegen gehe ich jetzt zu Object und hier ganz oben kann ich jetzt sagen show height show hidden also alt h und dann bitt hier mein restliches Zimmer bewegt das Regal noch etwas hier rüber schau jetzt mal durch die Kamera mit 0 werde die Kamera aus hier oben dann R XX und auf diese Weise kann man hier jetzt ein Wohnzimmer modellieren jetzt fehlen natürlich noch die Wände und ein Teppich und eine Tischdecke und ein Fernseher aber das kommt in den nächsten Kapiteln aber Sie sehen schon dass ohne dass Sie groß die Modellierungswerkzeuge von Blender überhaupt kennen kann man hier schon einfach nur durch Anordnen von verschiedenen Würfeln eine ganze Menge erreichen zu gelaufen vorn zu zu den guten zu vorn zu den no